Moin Moin, herz Willkommen Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde LS22! Frohe Ostern, naja, frohe Ostern, schönen Start ins Osterwochenende würde ich behaupten, ne? Dann unten sagen wir mal ein bisschen Osterdeko jetzt, denn ja, das ist die erste Folge, ich meine, jetzt ist gerade Freitag, da wird ja noch nicht so groß Oster gefeiert, wird getrauert oder so, ne? Und so, glaube ich, bin ich da jetzt nicht, es ist auf jeden Fall Osterwochenende und wenn ihr heute Freitag schon frei habt, wünsche ich euch natürlich schön einen schönen Start ins Osterwochenende auf YouTube. Die, ne, Livestream-Zuschauer sind wieder verwirrt, was will der denn jetzt, sind wir noch ein paar Tage, aber schön, da ich nur, ne, Mittwoch, Donnerstag, Freitag arbeite, Freitag schon Feiertag ist, erwartet mich eine kurze Arbeitswoche. Ich freue mich, also zwei Tage arbeiten, zwei Tage modden, so nach der Modde, ne? Also Montag, Dienstag ist sowieso Modding-Zeit, das ist jetzt für die Livestream-Zuschauer. Ich hoffe und glaube, dass ich doch einiges schaffen kann. Immer vorausgesetzt, alle bleiben fit. Hier bei uns family-mäßig, morgen, morgen auch. Und dann, ja, kann ich vielleicht Donnerstagabend schon wieder ein bisschen was Neues spoilern, ne? Mal schauen. So, wir haben ganz viel Arbeit, ist beendet, denn wir haben hier nicht schön rein. Wir haben ja gut zu tun. Und so soll es sein. So, das muss alles noch verpresst werden, die ganzen Felder. Da gucken wir mal gleich, wie wir das alles managen. Und dann, ja, ich weiß nicht, diese Kleinbahn bei den Schafen, ne? Ja, sowohl auf der Insel oben, als auch bei dem Deichschafstall, bestimmt ein bisschen was zu tun. So. So, komm, danke dir. Ich bin schön spazieren. Schön sonntag. Und im weiteren Verlauf. Danke für den Support, danke fürs Anschreiben. Ja, das kleine Feld bei der Brauerei könnte man auch noch mähen. Vielleicht nur mähen liegen lassen, irgendwann mal bearbeiten. Wir müssen jetzt bei den anderen gleich noch erst noch mal gucken. Weil das hier bei den Schafen auf der Insel ist ja auch mehr individuell, als dass wir da groß mit Helfern arbeiten. Wenn ich das jetzt hier selber mähe, dann geht eine Viertelstunde und in der anderen Zeit, wo die anderen nichts machen. Ist auch mal blöd. Okay, es ist ja doch mal ein bisschen Fläche, dass sich das lohnt. Aber später mal. Oh, Leute. Es hat aufgehört zu regeln. Ich muss auch mal eins runter. Oh Gott. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich anfangen und wo ich anfangen und aufhören soll. Erstmal sind wir hier im Süden fertig mit Kalken. Und na dann. 22 haben wir jetzt gekalkt. 64 haben wir gekalkt. Die 8 dürfte auch eine Merkung sein, dass sie fertig ist oben. Dann haben wir die 8 gekalkt. Und dann haben wir noch, um das abzuschließen, Feld 9, Feld 35 und die 49. Also drei Felder noch zum Kalken. Dann hätten wir die ganzen vor uns geernteten Gerstefelder gekalkt. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das einmal ordentlich durcharbeiten. Das ist einfach so. Wir haben es jetzt auch so ein bisschen automatisiert eingestellt. Wenn wir jetzt das alles gleich auf ein neues Feld einstellen und dann müsst ihr zwischendurch auffüllen, müsste es klappen. APL. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank für deinen Support im 33. Danke, 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 danke für den Support. Mega, mega. Was wir jetzt nicht gemacht haben, fällt mir gerade ein. Ist dieser 2021, ne? Unser Luzernefeld. Wir werden jetzt wahrscheinlich eine ziemlich lange Zeit auf mal eins spielen, weil wir unglaublich viel zum Erden haben. Also für mal 22 Spielstand Rekordante steht an, ne? Ich glaube vier große oder vier Rapsfelder und fünf Weizenfelder oder so. Da wird schon, da kommt was bei rum. Aber wir müssen auch dringend mit dem Weizen loslegen. Wegen Weizenmalz in fünf Stunden läuft die Brauerei leer. Und die freut sich natürlich schon, wenn wir da ein bisschen überbrücken würden, ne? Weil wenn wir jetzt vielleicht anfangen, die erste lange Weizen dann möglichst schnell hinfahren. Wie, dass ich den Abfahrer gerade weggesteckt habe zum Hackschnitzelfahren, ne? Das war so klar, dass genau der Nachteil, dass irgendwie so was ist. Das hat so viel fürs richtig viel Mist da vorne. Bei den Schweinen und bei den Kühen. Gerade gesehen, der Haufen sieht schon echt gut gefüllt aus. Ja, ansonsten hätten wir natürlich jetzt einen LKW hier am Start, der den ersten Abfahrerpart übernehmen kann. Und das dauert natürlich, bis der den Rollo ist leer. Weg. Nachkaufen. Ja, also dann der. Natürlich der ist auf 37, einfach, ne? 37. 37, ich weiß es nicht, haben wir schon mal 37 gekalkt? Ja, das nützt auch nichts, um verfallen jetzt hier, ne? In Hektik und Panik, das muss eh alles gemacht werden. So, erster Willpunkt. Übergeben. Mehr brauchen wir im besten Fall nicht machen. So. Ja, wir sehen, ne? Okay. Der Schwader ist wieder fertig mit dem Feld. Fört nicht. Das finde ich sehr cool. Denn, sehen wir mal, wird für den leider kein Schneidwerkswagen. Braucht man nämlich dann, glaube ich, extern. Wenn der, glaube ich, keinen Ankoppler hat, wo ich dann mal irgendein kleines Begleitfahrzeug, was sich, was den, was das Schneidwerk mitbringt. Ja, Sorkum braucht man viel wegen der Zuckerfabrik, ne? Die haut durch. Und Sorkum-Hirse wird natürlich auch eine Menge verbraucht. Also doch, Sorkum hat man echt einen ganz netten Bedarf, ne? Das ist so. Wenn wir Ferien haben, also wir haben ja selbst keine Ferien. Unser Kindergarten hat nicht, ähm, Ferien. Also nicht keine festen Ferienzeiten. Und da unsere beiden Kinder ja noch im Kindergarten sind, das wird erst ab Sommer blöd, ne? Für uns, denn bisher hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, wir fliegen oder wir fliegen oder wir gehen in Urlaub außerhalb der Ferien. Was natürlich immer ein anderer Kostenfaktor ist, als Urlaub in den Ferien. So, hier haben wir noch richtig, richtig Raps. Da sind auch unsere Honigbienen. Und hier machen wir jetzt weiter mit Schwatt, ne? Neun Meter. Wird spaßig. Mal gucken, wie lange der brauchen will. Alleine auf dem neun Meter Feld hier. Was weiß ich? Neun Meter 60, vorgegangen drei oder alles andere passt schon. So, 54. Rechne, rechne. Ob es ja, was sind viele Reihen? Kurs speichern. Wir hatten eben einen neuen Ordner mit Schwaden unter irgendeinem Dreschen. Da ist er. F. Was war das? Ach, Mist. 54. Ja, ne? Oder? Spannend. Jo, richtig getroffen. So, nixer Wegpunkt. Nein! Was ist der Wegpunkt? Ja! Ähm. Verbrauch. Zwei Stunden, 58 Minuten. Okay, ich schaffte heute nicht mehr. Bis, ähm. Drei, glaub ich, wollte ich heute nicht hier sitzen. Aber gut. Man lasst ihn arbeiten. Sehr schön, ne? Nice. So, das ist gut, dass er hier gebremst wird. Das heißt, er hat eine Ladung, Hackschnitzel wahrscheinlich weggefahren und wird jetzt sowieso als Abfahrer gebraucht. Gut, kommst genau so nicht in die Ecke. Mit unserem neuen angelegten Kurs müssen wir weiter ausholen. War auch ein bisschen zu erwarten. Ich hoffe, das klappt, aber... Wir dürfen das auch nicht zu sehr hier rüber. Wir müssen eher so, glaube ich, hinziehen. Weil sonst... Das Problem ist, dass wir von der anderen Seite natürlich nicht mehr rankommen, ne? Und schon viele kleine Minipunkte hier gemacht, so. Und hier so 90 Grad ist natürlich auch nicht so schick. Vielleicht so besser. Wahrscheinlich dann noch so ein bisschen... Roma-Versuche. Geht noch wieder so. Wir werden sehen. Gut. 35 sein Ziel. Ja, das Grasmähen wird jetzt hinten angestellt, ne? Guck mal, sie sind oben schon wieder Regen angesagt. Was haben wir denn hier für einen komischen Krams? Regen. Aber noch nicht... Machen wir das anders. Boah, um 15 Uhr, Leute. Ich spiel trotzdem mit mal 1. Bis 15 Uhr müssen wir so die Ernte einfahren. Ja, aber ganz so viel Malz brauchst du, glaube ich, nicht für die Brauerei, ne? Und Sorkum ist leider auch nicht ganz so ertragreich. Das ist vielleicht noch nicht ganz abgestimmt, aber es wird ja irgendwann Möglichkeiten geben, das hier nicht einzukaufen. So, dass man sich das aber auch selber auch verdient hat. Ne, dann... Hier erstmal hin, ne? Feld 9. Ich finde das genauso gut, indem ich das nächste Mal hin – Nimmt, 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 müsste klappen so ich habe bock auf ernte die erste rapsbahn müssen wir gleich selber fahren jetzt los die brauerei jetzt sitzen uns im nacken das ist ja kein fahrer ja so weiß man nicht schon muss ich wieder gucken sind jetzt auch einziger reise wenn man gucken ich brauche es dringend nachkommen nein aber ganz alt für so also wieder nur eine kurze trockene phase wohl der kommt jetzt gleich hier um die kurve da werden natürlich schon ein bisschen schwierigkeiten meistens kriegen deswegen übernehmen wir wieso machst du denn erhältst du den vorgewinnen ich habe den kurs ja gar nicht mal kalkuliert also hier machen wir mal stroh ein hat wahrscheinlich nur umschalten oder das habe ich doch nicht mal kalkuliert die ganzen gras und stroh arbeiten die werden wir erst so war das so es wird ein dreschreiches oster wochen das wird natürlich als nächstes auch dringend als büster und als produktionslinie aber du kannst dann eines im drescher abfahren wir sind auf 1 1 und das ganze muss danach dringend malz getreide bekommen wir wieder nur so als notdenk er ist fertig letztes feld ist 64 mal gucken ob tom welche kurse dafür hat mulchen aber wahrscheinlich nur kurse wir haben 64 noch nicht mit drin und wahrscheinlich nur 24 meter drin dann können wir erstmal nichts machen das vorgewinne wollte ich selber machen weil wir das hier auch selber gemacht haben hier müssen wir uns die presche umsetzen wir haben wohl den zweiten paletten lkw obwohl wir den paletten lkw recht schnell wieder brauchen macht keinen sinn ne vielleicht den flüssigkeiten lkw glaube ich sollten wir umrüsten auf den normalen getreideanhänger aber wir brauchen bei den beiden in weizen definitiv noch ein lkw als abfahrer alles andere können wir schaffen die wucht das ist eine wucht danke dir für anderthalb jahre vielen vielen herzlichen dank 5 5 5 5 9 14 uhr würde ich auch schätzen und dann ein paar folgen oster wochenende denke ich wird jeden tag drei folgen kommen der fänd kann auf der spur bleiben der case nicht der wird ja sonst gleich leer fahren und die gerne schnecke im 29 monat vielen herzlichen dank wenn wir jetzt wieder sind und uns machen das muss er jetzt nicht zünden für uns weil ich eher sehen dass wir schnell um die kurve kommen weil sonst hängt uns der fendt im nacken oder soll er ja auch aber christian vielen herzlichen dank wir werden am ende ls 19 glaube ich sieben drescher aber das nachher mit dem kurs player so eingerichtet hat und ein bisschen aufteilt das ganze dann geht schon echt viel von alleine also der wird jetzt gleich in die zweite bahn übergehen also der kann bis dahinten wo wir den anderen drescher übernommen haben der case an der arbeit ich würde sagen wir nutzen jetzt schnell die chance und nehmen uns den flüssigkeiten lkw da war doch gerade jünger herstellung braucht wasser und fahren damit jetzt schon direkt zum hof wir haben jetzt bei der brauerei ganz gut aufgefüllt wir haben jetzt schon mal auf das ein wasser gleich soll er soll gleich drescher abfahren er soll drescher abfahren auf feld 1 der falk danke auch dir für 100 bits danke für den support moin moin vielen dank für eure unterstützung wir sind schon wieder bei 20 was ist denn da los das ganze auch wohl einer muss eigentlich zwischen lagern am hof aber zunächst würde ich mit denen auch dann schicken wollen richtung weis getreide wir machen das liebe leute vielen dank fürs reinschalten kurze pause bis zur nächsten ernte folge bis dann vielen dank und tschüss bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.